Ska, warum drehen sich die Scheiben jetzt nicht? Was soll das? Wenn davon irgendwas festgehalten wird Die blauen musst du noch mit dem Motor verbinden Die blauen mit dem Motor Die Lenkung hast du jetzt an und an richtig gesetzt, aber die blauen genau noch an Motor Okay, so Probieren wir das einfach nochmal Motor an Da hätte jetzt die Räder mal ein bisschen Abstand nach außen bauen sollen, damit sie überhaupt lenken Und tschüss Digga, was hast du denn da? Loll Oh my god Oh my god Okay, mal gucken hier Weiter nach außen Oh my god Oh my god Oh my god Okay Ich übertreibe es auch gleich einfach und erst mal ein Stück weiter raus. Komm mal her, drück mal den Knopf da gleich vorne, ich hab da mal was hingelegt. Einfach gucken! Wo ist es denn? Hier vorne. Was ist der falsche Knopf? Scheiße, warte. Du kannst nämlich mit dem Knopf hier... Den bleibt jetzt dauerhaft an und fliegt die ganze Zeit hier rum. Oh, warte, wo ist der Hammer, wenn man ihn drauf, da ist er. Oh, er geht ab! Oh, tschüss! Oh, sehr gut! Ah, sehr gut! Da muss man sich doch noch dranhängen, Digga! Da müssen wir uns irgendwie dranbauen, Ska. Dass das Ding mitreißt. Ja, da waren so ne Stange, ein paar Dinger dran... Das funktioniert recht einfach, ja. Okay, vielleicht werde ich jetzt lenken können. Aber es fühlt sich noch nicht nach lenken an, ne, was ich jetzt mal sage. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Na, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Naja, es dreht sich auch alles noch nicht mit, also ich kann auch nicht richtig lenken. Oh, ich bin hier. Oh, hier ein bisschen Spicken, ey. Du kannst den Daim richtig lenken Ich muss doch mal einsteigen Kumpel Ich schiffe dich Hochhüpfchen Hm Geil Ohohoho! Haha! Easy, eine selber wieder Aufstell-Technik mit eingebaut. Kannst du auch, warte mal, das ist ziemlich einfach. Und zwar, dann geh weg und dann machst du einfach noch... Ey, warte, warte! Rückwärts geht ja auch, Alter. Ja. Wieso kann ich immer nicht rückwärts fahren? Irgendwas mache ich noch falsch. Du brauchst ja nur gucken, alles mit dem Motor verbunden, die Räder, also diese B-Rings, und den Motor dann mit dem Cockpit. Ey, kannst du losfahren, wenn ich hier hinten draufstehe? Ja. Oh, ich check in der Wand! Ich bin in der Wand! Äh, ich check fest! Äh, ich bin in der Wand! Äh, ich bin in der Wand! Was ist denn da denn gemacht? Oh mein Gott. Also, ja, 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 das, das, ja, so, lenken. Hey, lass mich da rein. Na ja, irgendwie lenken die Dinger halt immer noch nicht. So, warum lenken das jetzt nicht? Tut es jetzt auf einmal, hm? Hm, okay, also auf der Bühne kann man das gar nicht ausprobieren. Richtig. Aber es ist noch falsch rum. Und rückwärts fahren kann ich auch nicht. Wo ist denn der da ja? Hallo. Hm. Hallo. Ich fliege, ne? Kann wir jetzt rückwärts? Kannst du deinen Motor aufdrehen? Sicher? Ja. Ja. Äh, Ska? Ja? Ich sag mal bis die Tage, ne? Jupp, bis mal. Tschüssi. Okay, aber meine Lenkung ist irgendwie spiegelverkehrt. Warte. Warte. Kann ich direkt in fahren? Ich muss nach rechts lenken. Und fahre dann nach links. Ja, das ist doch mal was anderes. Versuch's mal. Ja, jetzt ist es sehr gut. Oh! Okay. Okay. Nur langsam Speed. Aber ey, wenn man aufhört. Ah, bin ich gut wieder eingeparkt. So, gut, okay. Dann, äh, muss ich jetzt gucken, dass ich noch Flügel dran kriege. Flügel brauchen wir. Gibt's da was? Na mal gucken. Flügel. So als was hast du. Nee, krass. Aber guck mal, sowas können wir auch noch verbauen eigentlich, ne? Ja. Nee, krass. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, doch. 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 Ja. 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 Oh! 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 Oh!